Gigantisch und faszinierend. Mit diesen Worten kann man den 35 Meter hohen Elefanten im Maximilianpark beschreiben. Er ist der Größte weltweit und steht in Hams Maximilianpark. Dieser Gigant ist eine Idee des Künstlers und Architekten Dr. Horst Reddike, die er 1981 hatte. 1984 wurde dann der Elefant zusammen mit dem Maximilianpark zu Ende gestellt. Musik Mein Name ist Jörg Ruggala, ich bin der Geschäftsführer hier. Ich bin seit 20 Jahren in dieser Position als Geschäftsführer, bin aber schon seit den ersten Tagen des Parkes, nämlich seit 1984 hier. Wie ist Hams zu diesem Glaselefant gekommen? Das ist ein ehemaliges Zechengelände und dieser graue Betonkörper hat den Künstler und Architekten Dr. Horst Reddike dazu inspiriert, nach vielem hin und her und auch berücksichtigend, dass das gesamte Gebäude hier eigentlich gesprengt werden sollte, dieses Gebäude umzugestalten zu einem Glaselefanten. Grauer Betonkörper hat irgendwie bei Herrn Relleke die Assoziation ausgelöst. Grau sieht gemütlich aus. Es gibt irgendwie eine Analogie in der Tierwelt und dann ist er im Grunde auf den Elefanten gekommen und da ist die Idee geboren. Musik Für mich ist das das Wahrzeichen der Stadt Hamm. Es gibt verschiedene andere Möglichkeiten, auch noch sich mit der Stadt zu identifizieren. Aber ich glaube schon im Rahmen jetzt dieser langen Zeit der Geschichte dieses Parkes, das sind über 30 Jahre, glaube ich, ist es für viele auch durchaus ein Wahrzeichen geworden, der Menschen, die hier in dieser Stadt oder der Region leben. Wir haben im letzten Jahr knapp 440.000 Besucher gehabt hier. Schwerpunkt klar, es spielt sich hier sehr viel, nicht alles, aber sehr viel draußen ab. Es hängt natürlich von den großen Veranstaltungen ab, Feuerwerk, Herbstmarkt, Herbstleuchten, die noch vor uns sind und auch wichtig die Herbstferien jetzt. Wir vermieten den Elefanten regelmäßig für unterschiedlichste Veranstaltungen. Ansonsten habe ich gerade gesagt, Kunstausstellungen vier bis fünf jedes Jahr von unterschiedlichen Künstlerinnen und Künstlern, die hier aus der Region kommen, was natürlich insgesamt sehr befruchtend ist, weil wir damit insgesamt auch zeigen, Kunst ist uns wichtig und letztendlich auch die jungen Künstlerinnen und Künstler fördern. Das Besondere an diesen kinetischen Objekten ist, dass das Objekte sind, die wirklich exklusiv für diesen Gleiselefanten gemacht worden sind, und zwar auch von Herrn Dr. Relleke, der ja im Grunde für das Gesamtgebilde, für diesen gesamten Gleiselefanten als Künstler und Architekt verantwortlich zeichnet. Also das ist schon eine Besonderheit, weil man bis auf ein Element kann man alle über so ein kleines Panel selber sozusagen in Bewegung setzen und die laufen dann drei Minuten. Hier im Gleiselefanten machen wir im Rahmen der Möglichkeiten, die diese Räumlichkeiten hier bieten, Ausstellungen mit Künstlerinnen und Künstlern, die hauptsächlich hier aus der Region kommen. Das Spannende für uns ist, dass wir roundabout die Hälfte unserer Gesamtbesuche aus Hamm generieren und die andere Hälfte kommt nicht aus Hamm, um das mal ganz grob zu sagen. Aber die Hammer haben natürlich ein besonderes Herz für den Maxi-Park, was natürlich auch unter emotionalen Gesichtspunkten unheimlich wichtig ist. Aber der Maxi-Park hat noch viel mehr zu bieten, als nur den riesigen Glaselefanten. Es gibt ein Schmetterlingshaus, eine Playmobil-Ausstellung, haufenweise Spielmöglichkeiten und ein schönes grünes Gelände. Das heißt, wenn Besuch von, weiß ich nicht, nah und fern nach Hamm kommt, wo geht man mit dem Besuch hin? Ich würde mir das wünschen und meistens funktioniert es auch, dass die Leute dann natürlich mit dem Besuch in den Maxi-Park kommen.